Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Bin ich nicht groß. Der interessiert sich nicht dafür. Das muss ich erstmal auch lernen. Er ist getroffen. Alter. Ah gut, bring dich um. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, der ganze Move. Weil ich habe schon sofort viel zu viel Schaden genommen. Also den dicken kannst du nicht mit dem Tritt irgendwie beeindrucken. Das finde ich immer wieder blöd. Und ich bin ein Machtnutzer. Ich nutze die Macht. Use the force, Kale. Das ist ja gut. Hm? Der Orchester ist ja doch. Dankeschön. Diese langsame Plattform. Ich habe einen Buki, der mir hilft. Nein! Alter, jetzt kommt schon direkt die Verstärkung. Oh, das ist doch Föse. Oh, das ist doch Föse. Bleibt, bleibt auf Distanz. Ist das überhaupt möglich? Ja, ist es. Wer können denn kommen? Los, holt ihn euch! Alter. Alter, komm schon. Ist er nicht. Ich habe ja Angst. Ja, habe ich schon. So. Jetzt kommt der ATSD. Hi. Na. Wie geht's dir? Alter. Oh, Junge. Alter. Danke. Erstmal ein Level ab. Na. Ui. Oh, Junge. Hier sind viel zu viele Effekte. Kann man sich gar nicht auf seine dumme Nase konzentrieren. So. Hopp. Was? Eine fucking Rakete benutzt sie? Genau. Das will ich von dir. Das will ich von dir. Oh. Dieses Fiepen hörst du halt nicht, wenn du quatschst. Wunderbar. Da steigt der Typ jetzt noch aus. Oder? Kein Tippin? Alle mal zuhören. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren. Freunde. Familie. An das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache. Nein! 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 Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen. Es ehrt mich. Aber... ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Ich bin Marie Kosan. Und das ist Commander Choisek. Tut mir leid, ich sprech's nicht fließend. Choisek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Für die Sache? Fragezei. Du kennst Taful? Er gehörte zu Tafuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Taful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choisek hilft dir, Taful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Hui. Gangschub. Äh, was tut es? Ah, abgeräts noch freigeschaltet. Ist die Frage jetzt. Wahrscheinlich geht's dann da runter. Ne, schon gar nicht. Hm. Es sind noch so viele Wege. Uiuiuiuiuiuiui. Wo geht's denn überhaupt endgültig weiter? Ah. Wir müssen zurück. So wie ich Fallen Order kenne, wird sich jetzt aber nicht denken. Ach, gucken wir mal. Wir haben die Anlage erfolgreich befreit. Äh, alle Imperiale sind jetzt erstmal tot. Ne. Ne. Ich hab die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Reprogramm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Denkst du zwar und die anderen sind okay? Hey. Du siehst immer alles positiv, wa? Nass. Neu Verbündete. Achso. Das ist schon eine komplette Reihe. Hey, äh. Danke. Für alles. Ja, ohne ihn wäre unser lieber... Ach, ich weiß, wo wir sind. Oh Gott. Tagchen. Hallo, Spinn... Ne, das Spinnchen ist ja gar nicht da. Ähm. Hier rüber, BD. Sollen wir jetzt nochmal? Ne, warte mal. Hä? Tür. Ach, ich kann gar... Ah doch, ich kann schon. Ja. Lollilu. Aber da kann ich immer noch rüber. Hui. Nein, ich berühre dich nicht. Ich will nur mal kurz was nachgucken. Gucken. Überlass mal. Du kannst das hier aufladen? Blum. Hui. Ja. Der setzt echt alles zurück. Und da... Genau, da ist jetzt der Aufzug. Von da gekommen. Ist jetzt die Frage, ob wir jetzt wirklich noch... Oh Gott. Müsst es den... Müsst den ganzen Weg zurück... Ähm... Wir gucken mal kurz... Ich sag die ganze Zeit wir. Ich guck mal kurz, ob ich mit dem Ding einfacher wieder zurückfahren kann. Hoppala. Ich glaub nämlich von da aus geht's da ein bisschen... einfacher durch die Gegend. Der kann sich eben nur teleporten. Knappchen drücken. Ich kann Knappchen drücken. Wui. Wui. Blob. Hier sind einige Wookies. Kann ich mit dem Reden? Wookie-Pathisaat. Achso. Ich brauche eine Sekunde. Hä? Okay. Wie viele waren's? 20, glaub ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Imps. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Ich brauche eine Sekunde. Okay. Plop. Tschüssi. Ich darf wohl stark bezweifeln, dass jetzt hier so eine Digi-Aktion wieder kommt. Und. Ähm. Genau. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir da weiterlaufen. Oh Gott. Wir können da überall weiterlaufen. Ähm. Da lang. Ja. Wir machen noch ein bisschen im Kashi. Ja. Da unten sind wieder die Imperialen. Knäge. Und hier hinten wird wieder unsere... Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Unser neuer Freund die Schnecke sein. Eine sehr interessante Stoß-Schnege. ach nee das will ich stehe ich danke cool an einer stelle wo ich auch schon wieder nicht weiterkammer ganz ehrlich ich mach den ganzen kram erst wenn ich der weg in die schatten lande muss doch einen übergang geben ja wir können nicht den ganzen wald absuchen marie und steuer können ihn besser finden ich wollte nur gucken ob es irgendwo einen irgendwie eine abkürzung freizuschalten wieder gibt ich weiß auch wo wir hier rauskommen oh nein weiß ich nicht hier das ist cool so was doch schön die operation wird erweitert um sektor sieben sie nennen es schatten lande es wimmelt dort von feinden sehr gut ich da überall auch noch mal suchen soll ich bin jetzt leider nicht im stream ich kann jetzt nicht fragen ob wir halt erst mal hauptquests wieder weitermachen sollen ich finde es halt immer kacke dann läufst du sprichst darunter ich weiß halt nicht wie ich hier vernünftig wieder zurückkomme wartet da unten ja dann muss ich halt wieder komplett hier hoch kraxeln und überall lang hier kommt was machen wir erst wenn wir griff haben dann weiß ich wenigstens dass sich dann über lang kommen komm kommen kann ich nicht einfach mit dem ganz schiff jetzt liegen wir konnten den waukes helfen befreiung der unterdrückten daher kommt die leidenschaft weiter zu kämpfen jeder tod jede sackgasse bringt kämpfe hervor die keine angst vor der niederlage haben davon genügend und der sieg gehört uns endlich ist noch drin ich glaube darüber sollte man nicht lachen aber in dem kontext in dem ich das immer verwende das ist lustig ich sag mal so eine fünfte hauptstadt endlich ist noch drin lalala 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 ich glaube ich war ach so nee ich bin auch ein positiver typ ich weiß positiv wenn ich sterbe wird nicht das ärgern ich finde das immer erstaunlich was leben gerettet die wucis wie viele sturmtruppen hast du dafür vernichtet also wenn es glaube ich nach einer reinen anzahl an leben geht ist das hocken wir jetzt nicht unbedingt auf der perfekten stelle wieso muss ich zurück nach sefo ach so ich müsste den planeten verlassen ach komm wir sind schon mal hier ganz ehrlich laufen wir noch mal zurück soll ich die folge ein bisschen kürzer war also ich würde ich lauf dann einfach mal zurück für den rest der folge wahrscheinlich ich weiß dass ich glaube die erfolge war jetzt unnötig einfach nur der entscheidungsfindung aber ich dachte eigentlich dass wir jetzt dann mit dem teil irgendwo anders aufkastigen blieb weil man darf ja nie vergessen es ist ein fucking planet und so ein planet besteht nicht nur aus einer landezone ich habe da noch eine fähigkeitspunkte genau ich wollte sparen da können wir noch ankommen wo ist denn wo ist denn wir kurz den trotzdem ausgeben warum wenn ich jetzt sterbe dann ist der nicht verloren ich habe einen baum da brauchst du dich 22 einen nehmen wir den keine ahnung was er kann aber ja ach das ist das gleiche wie mit dem what the fuck okay ist das gleiche im geschenk oder besser gesagt in doppelt hallo falsche taste ich war so im überlegen was hat das hat das so hat auch b oder so gut ist die frage wie kommen wir da jetzt was war falsch lauf doch einfach mal junge hier kommen wir da jetzt runter ohne uns sämtlich hakzen zu brechen gibt es hier überhaupt vollschaden niemand ok da ich lasse die klone klone ich lasse ich schon ich meine die werden das eh hinkriegen weil die spinnen kommen halt nicht zu dem einen da hoch es wird halt nur dauern ich kämpfe nicht gegen zwei spinnen gleichzeitig die leben beide noch zwischen flaxen ich werde sterben wieso und die eine ist da gut vor allem hier treffen die sturm drum alle das dauert noch ein bisschen ok so ein fettes ziel zu treffen ist auch wiederum nicht zu treffen ist auch wiederum kunst und zack ja das ist erfolgreich getötet und jetzt verweckst du und einem je so bin ich runtergekommen äh frage des tages wie komme ich da jetzt jetzt hoch erst mal hier ist irgendwo ein weg oh nein oh fuck was geht denn mit dir schon wieder alter hopp hopp see geht das ja fuck fuck näh 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 boah Nein, 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 raus! Boah! Ohne Stim! Leute, ohne Stim! Komm drühen! Ja, das sind sie mich nicht! Hi! Das ist das Video! Willst du mal rein sehen? Was ist das, BD? Ach, hier, guck mal, Poncho, Poncho, Poncho. Meine ganzen Ponchos. Sollen wir mal einen Poncho tragen? Kommando. Das sieht gut aus. Na ja, da bleibe ich dabei. BD. Premium halt. Ja, wenn Prime, lustig. Boah! Ganz in schwarz, das Stück. Sieht geil aus. Blub. Erstmal, wir haben überhaupt erstmal einen wunderschönen Poncho. Äh. Okay, hier oben geht's da lang. Schon mal gut zu wissen. Aber lass mir da mal... Oh! Die Folge hat ein bisschen Überlänge. Na ja. Also, ähm, damit sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. glaubt euch wo. Bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss!